Aha! Oh, seid ihr laut! Oh, seid ihr laut! Ich kann euch gar nicht leiser machen. Wo geht denn keiner hin? Da würde ich dann gerne hin. Ich geh mal zum Hauptenker. Oh nein! Wie die einfach... Wie sie einfach lachend drin verschwinden. Oh wehe, die lachen immer noch, wenn ich reingehe, ne? Wehe! Oh Gott sei Dank, ich hatte kurz Angst, dass ihr lacht, wenn ich hier reinkomme. Hallo? 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 Okay. Oh, oh mein freaking Gott. Oh. Oh nein, da hinten sind sie. Da hinten garken welche. Hallo! Oh Gott, ich muss einfach weg von denen. Oh. Oh. Ja, du hast ne Maske auf. Ich hatte kurz Schiss, weil, äh, ne? Ich hab vorhin Stroh gesehen da vorne und... Also für alle, die das nicht wissen, es gibt so Masken im Spiel, die kann man aufsetzen und dann wird man besessen und tötet dann seine Crewmitglieder. Und das ist genau so ne Maske. Das heißt, immer wenn ich ihn jetzt sehe mit der Maske, muss ich kurz Angst haben, dass er besessen ist und mich gleich tötet. Also das ist nicht genau die gleiche Maske, ja? Ähm, das war hier klassisch. Für, für Laien, für Laien ist die sehr gleich. Oh, ja. Oh, geil, ey. Ja. Er war extra flutschig. Ja. Das ist so schön, wenn du gerade hochgeguckt hast, nachdem der Strom ausging, so richtig fassungslos. Ähm, man müsste irgendwie wissen, wie man sich hier, äh, ne? Und so. Ne? Und so. Hallo. Ich hab gar nichts gefunden. Ach mein Gott. Was war das denn für ein Platztausch? Hä? Ich hab's viermal verfehlt. Ich kann's nicht auflegen, weil ich einfach daneben gekriegt hab. Ich hab gar nichts gefunden. Ich war voll nutzlos. Ja, einfach gar nichts. Nö, ich geh selber nochmal rein. Ich guck nochmal. Kann ruhig sein, dass ich so nutzlos bin. Hallo? 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 Irgendwas Lutechnisches muss ich doch mit nach Hause nehmen. Ich will nicht nutzlos sterben. You creature? So mutig, seit wann das? Ich spiel mit meinen Mods. Ich muss ja jetzt auf harten Macker machen. Das geht doch nicht anders. Ha! Schleim gefunden. Okay, ich gehe. Wo geh ich denn? Hier vorne geh ich. Okay, wir gehen einfach raus. Scheiß auf alles. Egal, die anderen sind auch zurück. Dann geh ich einfach. Weh, die sind wieder alle am Garken. Hier ist ein Bienennest, ne? Oder was sind das für Viecher? Nein, nicht mitnehmen. Nein, nein. Wir haben gelernt. Wo ist das Bienennest? Dahinten? Sollen wir sterben? Hallo? Nein, nein, nein. Ich sterbe nicht. Ich wollte nur mal gucken, was hier so geht. Na? Klaus und Bienennest? Du willst die Dokumentary dazu machen? Ja, genau. Ich bin quasi dein Naturfilmer. Ich mische mich nicht ein. Ich gucke einfach nur, wie sich jetzt hier die Spezien selber zerfleischen. Träumchen. Wir haben die Bienen. Wir haben die Bienen. Ihr habt das Nest. Nice. Ja, fuck. Du. Ich filme doch nur. Okay. Wollen wir düsen? Abfahrt. Abfahrt. Ob wir da sind oder nicht. Wir gehen. Nice. Ich habe einen Schleim gescannt. Das war meine Contribution. Das letzte Mal hat's weggebugt. Ah. Okay. Let's go. In der ersten Runde. Oh Gott. Randy, ich würde auch einfach nur einen Haken. Ja. Ja, wir waren dabei. Let's go. Wir waren dabei. We did it. Ja. Wollen wir zum Ass? Wollen wir zum Ass, oder? Wir sind schon. Wir sind schon bei Ass. Ihr seid schon bei Ass? Ja, ihr habt schon. Achso. Ihr seid ja Profis durch und durch. Ich bin doch schon ins Spielflogen. Ich bin doch schon ins Spielflogen. Ich bin doch schon ins Spielflogen. Okay, wir schwärmen einfach alle aus, oder? Dann, dann, dann kieken wir mal. Gibt's hier einen Nebeneingang, oder? Das ist ein High Exit, wenn man hier. Ah. Na, lass den mal erkunden gehen. Haben wir ein schickes Orange hast du heute an. Also gefällt mir wirklich gut. Du musst ein bisschen rennen und springen. Hey, du mutest mir Dinge zu, ne? Easy. Gar kein Problem. Oh. Problem. Let's go. Woohoo. Ich hab'n fricking Glas mit Gurken. Morgens, Mittags, Abends, ich will saufen. Ähm. Du hast das Third aber gesehen, ja? Was hab' ich gesehen? Oh, da ist ein... Lol, Tatsache. Ne, hab' ich nicht gesehen. Ich hab' dich versucht zu warnen, aber du bist weg gerade. Ich war, ich war grad am Singen. War grad wichtig. Okay, da vorne kommen wir dann nicht lang irgendwo, ne? Oh. Hey. Der Plague-Doktor kommt einfach mit so ner Tröte an. Meine Mods sind einfach die gruseligsten Gestalten, die hier in diesen Dingern rumlaufen. Es ist unfassbar. Hä? Hä? Da läuft was, da kommt was, da läuft was, da kommt was, da kommt was, da kommt... Oh, mein fucking Gott. Das ist dann wieder unfassbar. Es sieht so creepy aus. Und dann kommt's einfach angetrötet. Seid ihr schon durch? Ich bin... Also, du glaubst gar nicht wie durch ich bin. Die machen mich fertig. Um deine Frage nochmal richtig zu beantworten. Äh, ich weiß nicht, ob ich schon durch bin. Ich, äh... Zumindest nichts Lootbares mehr gefunden. Außer ein Gurkenglas. An alle, die zugucken, die nicht wissen, was hier gerade passiert. Wir suchen Loot, aber wir sind hier nicht alleine. Was war das für ein Sound? Oh, no, 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 no. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Aber wir sind hier nicht alleine, denn hier können auch Monster sein. Und... Und die Monster können extrem creepy sein. Und sehr aggressiv. Oh. Ey, wenn jetzt noch einer von euch so eine Hupe findet, können wir einfach Clown-to-Clown-Kommunikation machen. Ey. Ey, wollen wir doch was Sinnvolles machen? Ey, hier ist ein Lüftungsschacht offen, wo eventuell was... Was? Oh, ja, da oben ist... Stopp, stopp, stopp. Da ist so ein Facehub-Ding da oben. Wir haben doch schon... Oh, yo. Da oben. Ja, lasst mal, äh, gehen, weil es wird ja auch irgendwann spät, ne? Ja, stimmt. Wenn's dunkel wird, dann wird auch draußen creepy. Wenn ich wollte nicht da draußen, dann ist es schon spät. Oh, 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 oh. Da ist schon was. Wir müssen uns irgendwie zum Feuerausgang, weil da nen Gurkenglas ist. Da bin ich mit LKM reingegangen. Genau. Okay, tschüss, dann geh ich halt. Ja, mal holen. Du gehst das holen? Ah, das ist ja nett. Oh, guck mal, wie fleißig die alle waren. Die ist zum Fire-Exit. Äh, LKM holt mein Gurkenglas, was ich in meinem Fire-Exit gelassen hatte. Ach, du hast auch Gurken gefunden. Du auch? Nice. Du geierst hier noch auf die Bienen, oder was ist dein Plan? Wir sterben. Ja, genau. Aber ich sterbe tanzen. Oh, oh, sie kommen. Und? Ja, cool. Hat's eins zerrissen? Oh. Dann war das Reddy? Reddy? Nee, oder? Oder Mi? Das ist ein Bienennest neben unserem Schiff. Ja, dann ist das Reddy. Reddy ist Doktor, äh, Doktor. Ah, nee, Mi ist hier. Ja, guck, Reddy. Wo ist denn das zweite Bienennest? Ach, da vorne. Soll ich die Bienen weglocken und du holst das Nest und dann düseln wir los? Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so praktisch, weil wenn die das Nest nicht wiederfinden danach, die werden die Akku entgehen auf alles. Hm. Aber wir müssen ja, eigentlich können wir doch das Bienennest nehmen und dann einfach direkt starten, oder? Wir sind ja schnell genug weg. Äh, der Luft kommt auch weißen, oder wo? Ich versuch's, das von da oben zu greifen. Boah, ich, äh, kann's versuchen. Ich bin bereit. B to the right. Ich bin schonmal beim Hebel, dass ich drücken kann. Wir glauben daran, dass wir färfen. Ja. Ich krieg's nicht, ich krieg's nicht, ich krieg's nicht, ich krieg's nicht. Ich komm da nicht dran. Wir fliegen los, sobald Buschi schreit, okay? Ja. Ja. Was? Was? Ja, er starb. Geil, wir fliegen los, sobald er starten, ne? Was? Geil, wir fliegen los, sobald er starten, ne? Was? Was? Geh, geht das jetzt schon als Schrei? Das wirkt einfach nur so ein bisschen aufgeregt. Ja, deswegen, und außerdem hat er das Objekt nicht. Ja, boah, jetzt, jetzt, jetzt. Das ist so fehlt. Äh. Hey, ready. Das zweite Nest haben wir schon, aber wir wollten, wir wollten beide haben. Nein, wir hatten keins. Ne, wir haben gar keins. Das war das von davor. Achso, das war das von davor? Awww. Yes, yes, yes. Sad. Da war eins direkt an der Treppe. Mann, Mann, Mann. Wollen wir einfach zu WoW? Oder habt ihr da einen Lieblingsplaneten? Hey, entscheid du, ne? Aber es ist irgendwo, wo das Wetter nicht scheiße ist. Ach, das ist überall gerade extrem gut. Denkt dran, es kommt gleich noch was vom Himmel. Also, jeder von uns kriegt ne Taschenlampe. Nein. Leute! Ja, mann, die waren im Angebot. Das war günstig. Auch ich? Ne, also mit jeder außer, also außer Bauskäse. Hä, stimmt natürlich nicht du. Juhu. Geschenke, 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 Geschenke. Wirst du alle losrennen. Guck mal der Keck, wie er da steht. Oh, der Beppo. Hallo. Tschüss. Hallo, ey. Ah, der ist geiler Motor. Äh, eine... Leute, 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 Leute. Ja? 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 Da ist eine Spinne hinter dieser Tür. Hinter dieser, oder? Hinter dieser hier? Ich geh da nicht hin. Ich, äh, ich, äh, bin hier viel zufrieden mit dieser Schraube. Hier ist auch kein Loot mehr, ne? Ich hab Angst, dass die Spinne jetzt hier irgendwie hinkommt. Hier ist zumindest ein Fire Exit. Oh, die haben irgendwelche... Nein. Oh. Oh. Oh, mein frikin Gott. Ah. Hat irgendjemand was zum Boxen? Äh, da ist einfach zum Gucken, ne? Ah. Ah. Ah, das ist so ein Springtap-Trap-Ding. Ähm, ah. 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 Was ist denn das? Oh mein Gott, er hat jemanden gekillt. Oh, da ist so ein Springtap drin. Äh, äh, äh... Ready? Hallo! 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 Ha, hier nach... Das ist nicht der Anblick, den ich als erstes sehen möchte, wenn ich hier reingehe. Ne, da links ist auch noch ein Monster. Und es ist gerade jemand verreckt hier, glaube ich. An alle, die es sich wissen, dieser Typ hier bewegt sich, wenn man wegguckt. One of us. One of us. Also der letzte, der rausgeht, ist tot. Ja, super. Ich bin mir sicher. Ne, hier hinten ist noch ein Ausgang. Man kann hier hinten durch den Fire Exit. Der letzte könnte hier hinten raus. Äh, looten eigentlich noch, ne? Wir brauchen ja eigentlich noch Loot. Das heißt, ich stehe jetzt hier und gucke das Ding an, wenn man den Loot geht. Flaschenpappe. Was ist denn das für ein Sound? Da ist noch so eine Spring Trap. Ich wollte gerade sagen, da steht doch noch einer an der Tür. Was steht noch? Da vorne ist noch so ein Ding. Da ist es quasi nochmal. Es hat die Tür aufgemacht. Ich glaube, ich gehe. Ja, ich glaube, wir gehen. Wir gehen. Einfach nur weiter zurück, einfach nur weiter zurück und dann hier links um die Ecke. Go, 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 go. Hoffentlich schafft sie es, hoffentlich schafft sie es. Komm einfach raus. Komm raus. Ready? Ich kann jetzt auch nicht wieder reingehen. Ready? Was mache ich denn jetzt? Gucke ich jetzt nochmal nach? Ah. Ach, das ist voll unspannend. Na, was geht? Ich versuche hier gerade LKM zu retten. Oh, wo ist denn sie? Ich glaube, LKM ist tot. Geh mal weg da. Sonst kommt gleich nach, wenn wir die nicht gerade gucken. Geh raus. Geh raus. Ich habe sie im Blick. Okay, äh, gut. Schafft sie es? Ich gehe da nicht nochmal wieder rein. Stimmt, ich hätte den Computer gucken können. Nice. Oh, Mann. Ja, ich glaube, LKM ist gut. Oh, verdammt. Hey, 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 das habe ich gehört. Was, was, was wir für können hier? Darum, äh, von. So, äh, jetzt schau mal, dass du hier an der Wand entlang runterläufst, damit du keinen Schaden nimmst. Ey, was für Sneaky Wege, hä? Voll gut. Ja. Was macht, was macht ihr denn da, ihr alten Bergziehen? Hey. Wir haben versucht, LKM zu retten, aber es hat leider nicht geklappt. Ich habe einen ganz merkwürdigen Bug. Ich höre LKM die ganze Zeit, als würde sie hier stehen. Mit wem sprichst du? Hast du Kontakte zur spirituellen Welt? Ja, sie hat Besitz von mir ergriffen. Strom, Strom, Strom. Strom, Strom, Strom. War das denn Elektriker-Cosplay, oder was? Was für Strom, Strom, Strom. Wie so ein Pokémon, weißt du? Das war ein LKM-Cosplay. Ich dachte, du wärst gerade gestorben. Jetzt kommst du sterbend wieder an, oder was? Die Move macht also Strom, 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 oder was? Oh, Gott. Oh, Himmel. Get me out. Denkt daran, eure Taschenlampen mitzunehmen und die aufzuladen. Achso, wir gehen Sachen verkaufen. Ja, dann denk trotzdem dran. Ich seh da so ne Tröte durch die scheiß Tür gucken. Ja, guck mal rein, ist ja cool. Stiefel, Reis. Stiefel, Reis. Ich kann das alles nicht mehr. Nein, ich mag gerade rausspringen. Nein. Ich glaube, die brauchen gleich ein Sauerstoffzelt. Ja, mindestens eins.